ja moin leute ich habe hier mal so ein t5 das ist ja eigentlich normaler kastenwagen und da haben wir jetzt hier ein cee anschluss gesetzt das soll hier so ein camper werden und wir sind dann hier im grunde rausgegangen dann geht es hier über so ein sicherungskasten mit dem fi drinnen und natürlichen leitungsschutz und dann geht das eigentlich in dieses super gerät das ist hier ein active block geräten ssi 10 ist ein wechselrichter solar laderegler ich sag mal eine master slave vorschaltung drin das haben wir jetzt hier gerade mal in betrieb genommen und ich muss ganz ehrlich sagen dieses gerät ist echt sein geld wert das macht schon echt spaß mit sowas zu arbeiten denn normalerweise braucht man jetzt hier erheblichen komponenten aufbau und hier ist es eigentlich wesentlich in einem gerät integriert also dass man jetzt hier zum beispiel ein solar panel anschließt das ding regelt fast alles selbst also man braucht hier gar nichts mehr groß drehen und schalten und dann gehen im grunde wenn ich jetzt zum beispiel landstrom anlege schaltet das gerät automatisch landstrom durch ich kann im versorgungsfreien betrieb auch landstrom abklemmen oder die sicherung raus machen der schaltet also wirklich in einem super schnellen zyklus schaltet der unterbrechungsreise selbst für den laptop oder so kein problem also das muss ich schon sagen das ist ein cooles gerät wir haben jetzt hier auch noch mal eine extra fernbedienung weil das ist ja ein bisschen doof da hinten in der ecke weil da kommt ja noch ein bett und sowas hin gibt es hier so ein fan panel das von active hier da würde er zum beispiel hier anzeigen wenn ein solar panel dran ist ich habe das jetzt natürlich noch nicht dran weil das wir haben jetzt winter und erholt sich das erst im sommer und man kann jetzt hier im grunde mit dem fernschalter das gerät bedienen also zwischen landstrom wechselrichterbetrieb ladegerät natürlich ist auch drin das einzige was natürlich jetzt hier nicht drin ist ist eine anbindung an die starter batterie also das muss man wirklich noch separat machen da haben wir jetzt eigentlich ein automatisches trennrelais drin dass im motorbetrieb im grunde eigenständig die versorger batterie jetzt hier aufgeladen wird aber alle anderen sachen die jetzt eigentlich in so einem camper nötig sind wir sind in diesem ein gerät drin und muss sagen vom aufbau her ist gut kompakt gemacht ist nichts zu meckern